Hallo zusammen, willkommen bei Toys und Pando und willkommen zu einem neuen Video von dem Spielzeugguru. Heute allerdings nicht nur mit dem Spielzeugguru, sondern auch mit einem Gast, nämlich mit dem Krümelmonster. Krümelmonster, sag mal hallo. Ich will einen Keks. Hm? Was war das denn? Ist doch mal nicht so ungewöhnlich. Sag doch mal hallo einfach zu den Zuschauern. Ich will einen Keks, jetzt! Ich hab Hunger! Hm, okay, gut. Das klappt nicht so gut, wenn er hungrig ist, dann ist er immer ein bisschen anstrengend. Hm, gut, schauen wir mal, ob wir hier einen Keks haben. Ja, hier haben wir ja einen. Na, Krümelmonster, willst du den? Ja, 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 unbedingt! Ja, okay, gut, komm, dann kommt jetzt hier der Keks. Ja, 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 ja! Ja, Krümelmonster, sag mal bitte. Du musst schon bitte sagen, wenn du essen willst. Oh, wirklich? Hm, ja, eigentlich schon. Hm, okay, ähm, bitte, bitte, ich will jetzt einen Keks! Ah, geht doch. Okay, hier kommt der Keks. Ja, 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 ja! Ah, guck, ging doch. Bitte sagen, ist doch gar nicht so schwer, oder, Krümelmonster? Ja! Okay, Krümelmonster, bist du jetzt auch wieder netter zu uns? Ich will noch einen Keks! Ich hab Hunger! Hm, okay, also nicht. Aber, Krümelmonster, ich hab nichts anderes mehr. Das war der letzte Keks, den ich hatte. Ich will noch einen Keks! Hm, okay, was haben wir denn hier noch? Oh, Kekse haben wir nicht mehr. Hm, hier haben wir noch was. Äh, wie haben wir diesen Schleim? Aber, da steht ein Totenkopf drauf. Also, Krümelmonster, ich würde nicht essen, ne? Ich will das essen! Hm, du willst das wirklich essen? Mit dem Totenkopf? Aber auf deine Gefahr, ne? Wenn da was passiert, so, dann bin ich nicht schuld. Egal, ich hab Hunger! Jetzt! Schleim! Hm, okay. Aber dann machen wir jetzt erstmal eine ganz kleine Dosis, okay? Dann nehmen wir hier mal ein bisschen was raus. So, das sieht doch gut aus, oder? Ja, essen jetzt! Hm, okay. Dann kommt jetzt hier das Essen. Einmal Mund auf, bitte. Ja, 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 ja! So, hat das geschmeckt? Ja, mehr, mehr, mehr! Noch mehr? Okay, aber du scheinst es zumindest vertragen zu haben. Du stehst ja noch. Okay, dann können wir das mal mit dem Schleim ausprobieren. Dann kommt jetzt noch ein bisschen mehr. So. Dann machen wir noch ein bisschen mehr. So, das sieht doch lecker aus, oder? Ja, 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 essen! Hm, okay. Dann kommt jetzt die Dosis. Einmal Mund auf. Ja, ja, ja! Hoppla. So, da kommt der nächste Gang von deinem Essen. So, bitteschön. Jetzt einmal Mund zu machen. Hm, 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 aua, 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 mein Bauch ist so voll, aua, das tut weh. Hm, ich hab's doch gewusst. Das war auf jeden Fall nicht gut für deinen Bauchkümmel-Monster, ne? Also nächstes Mal vielleicht ein bisschen weniger essen. Ja, okay, nächstes Mal hasse ich weniger. Nächstes Mal nur ein Keks. So, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Mit mir und dem Krummüll-Monster natürlich. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben und den Kanal kostenlos abonnieren und einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss! Tschüss!